Huibus erster Film Und hopp! Oh, welche Überraschung! Arnold Schwarzenegger! James Bond fährt auf den Parkplatz, um sich einen kleinen Mittagssnack zu holen. Doch, doch, weiß er überhaupt nicht, was sie nachher erwartet. Leider aber hat er vergessen, sich einen Parkschein zu holen. Daraufhin wird sein Auto abgeschleppt. Nun bemerkt er, dass sein Auto weg ist. Wo ist mein Auto? Im nächsten Moment kommt M, die Vorgesetzte von Bonn. Guten Tag 007! Ach, hallo Anne! Mein Auto ist weg! Tja, hättest du dir lieber einen Parkschein geholt? Äh... Hier, kannst du dir ein neues Auto holen. Chuck Norris Industry Nun geht er zu Chuck Norris Industry Hallo, ich brauche ein neues Auto. Ja, da sind Sie ja hier richtig. Hier kriegen Sie unser neuestes Modell, IT300S. Sogar können Sie damit nach Hause telefonieren. Danke, nehme ich. Viel Spaß damit! Cooles Auto! Was guckst du da? Na, was für kleine Kinder, Mama? Ähm... Mein Name ist Bond. James Bond. Applaus 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 Vielen Dank.